So meine Freunde und damit herzlich willkommen. Wir schauen uns den Fortnite shoppen. Controller kalt sein U-Bus heute. Schauen wir mal. Das gibt es gestern schon. Leg Manta, echt heiß. Ja, hab ich. Hier haben wir noch. Hier haben wir noch eine Helle-Beard für Armour. Die Flügel sind geil. Die finde ich irgendwie schön. Wirklich. Hm. Ja. Warte, die Frau. Ich muss sagen, ich finde die ja richtig geil. Wirklich. Aber nicht automäßig. Also, das ist eh viel Geld. Aber das ist wahnsinnig viel Geld. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.